Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Kowa Island. Wir gehen rein und öffnen Geoden, wenn jemand da ist. So wie er. Geoden, was sag ich denn? Kisten. Hab ich? Hab ich? Hab ich nicht? Schön. Schade, dass ich das selber nicht anziehen kann. So ein Arm reif. Der wird halt gespendet. Ich hätte mich auch teleportieren können. Wäre vielleicht klüger gewesen. So. Schön. Was mach ich jetzt noch? Jetzt hab ich ja das alles abgeschlossen. Ich könnte jetzt noch ins Meer. Oder ich geh noch... Ich brauch hier noch Algen. Silberalgen. Ja, ich würde ins Meer gehen. Dann lege ich das mal alles ab. Das kommt hier rüber. Äh, Heu. Die Tiere brauchen garantiert jetzt Essen. Bevor ich das vergesse. Die Feige kann verarbeitet werden. Hab dich lieb. Hab dich lieb. Ah ja, und noch... Ah, es fällt mir noch was ein. Wie spät ist es? 11 Uhr. Das geht. Nein. Ja, Egi. Ich hab dich lieb. Ein paar Eier. Okay. Ähm. Vor allem jetzt das zuerst. Okay. Hab dich lieb. Äh. Wo hab ich die Schere? Da. Ich kann dich nicht scheren. Wieso? Das Tier kann nicht... geschoren werden. Okay. Kein Stress. Okay, jetzt noch schnell rauf. Ich will noch ein Tier. Das hab ich glatt vergessen, letztens. So. Hm. Tiere. Noch eine Kuh. Okay. Scheuner. Ja. Ja, wie nenne ich die Kuh? Hm. Wart mal. Ich hab ja hier eine Liste. Okay, das ist ein krasser Name. Milka. Oh, das ist... War ja das... Heute gute Namen drauf. Milka finde ich gut. So, und jetzt noch ein Schaf. Dann haben wir 2-2. Finde ich nämlich gut. Äh. Wie heißt das? Ein Schaf nochmal? Willi. Äh. Das fällt mir der Name wieder nicht ein. Äh. War ja? Wie hieß nochmal das Schaf? Schaf. Ah, nichts. Scha... Ja, Scha... Ja, Scha... 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 Wird das so geschrieben? Scha... Scha... Geht das? Kann ich das so schreiben? Was? Ah, das geht nicht. Schade. Ja, das reicht. Was hätte ich das schon so genannt? Okay. Pferd, dafür brauche ich einen Stall. Dafür brauche ich Silber. Oder Bronze. Ja, leider geht's nicht. Wäre aber eine gute Idee gewesen. Das so zu nennen. Was brauche ich dafür? Ja, Silber. Ja, komm. Gehen wir in die Mine. Hol ein bisschen Silber. Dann geht das schon. Aber lustig, dass ich im Winter immer noch Heu sammeln kann. Also ist das nicht so schlimm. Wilde Saat. Die pflanze ich dann mal. Wenn ich Zeit habe. Was ist das? Ach ja, das... Ich muss die wahrscheinlich bei der Göttin auch abgeben. Nein? Wieso? So. Hm. Okay. Ein bisschen Silber. Wieviel brauche ich für fünf Stück? Hm. Einfach mal gucken. Hier sind ja die Tierchen ein bisschen gefährlicher. Die halten halt einiges aus. Und auch... ...die Steine. Ich brauche sie. Das ist eine große Biene. Hat hier Angst? Hi, Schleimi. Was kriege ich da? Ein Stachel. Hier ist aber gar kein Silber. Das mag ich ja. Ich sollte aufpassen. Hey, lass das. Der findet mich eh nicht. Äh. Ich brauche paar Monster-Materialien. Krieg nicht mal was. Das ist unfair. Das ist einfach nicht gut. Ist hier auch kein Silber? Was soll das? Verschwind. Hier ist kein Silber. Seht ihr? Ich sehe gar kein Silber. Ich bin richtig blind geworden. So. Hier. Okay. Zwei Schläge schon. So. Ups. Nee. Da geht es hier auch irgendwo runter. Bronze sogar. Das ist gut. Geht nicht. Oha. 25? Was? 25? Oh, Silber. Aber Bienen. Autsch. Hat die mich überhaupt getroffen? Habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Sonst ist hier nichts. Zwei Stück. Perfekt und gleich runter. Achso, 25 Stück brauche ich für... Ja. Das hätte ich jetzt, glaube ich, oder? Nee. Nee. Ich brauche noch... Ich brauche... Bitte... Hier wird es dunkel. 18 Uhr. Ist hier noch ein bisschen Silber? Natürlich nichts. Doch, da vorne. Ich sollte mal ein bisschen genauer hinschauen. Hier geht es abwärts. Habe ich die nächste Tiefenschicht erreicht? Ja. Ist hier Silber? Da hinten. Aber da sieht man nur so eine Erzader ist. Ist halt auch mies. So, jetzt habe ich es, oder? 28. Ja, komm. Noch ein bisschen. Da ist eins. Ein Stück. Also, die Gegner kann man hier eigentlich vergessen, oder? Mir kommt das in Stardew Valley wesentlich schwieriger vor, als hier. Okay, jetzt bin ich nochmal reingelaufen. Hm. Was hier... Ist gar nichts. Das heißt, morgen habe ich dann genug. genug gesammelt, um zu erweitern, das Ding zu... äh, den Stall. Habe ich jetzt sehr viel Glück, weil es gerade die ganzen Steine hier explodieren. Hier ist ein bisschen Silber. Danke. Aber nie eine zweite Erzader. Ich sehe hier sonst keiner. Das ist halt lustig. Ich habe gerade sehr viel Glück, dass das immer das zweite gleich explodiert. Okay, ich sollte gleich nach Hause, dass ich nach jedem Run circa so 200 Steine habe. Das ist halt auch... Also, Steinmangel habe ich nicht. Aber mal schauen, wie das später wird. Jetzt muss ich raus. Wart mal. Hier. Hier geht nicht mal was. Zum Wasser-Essenz-Zeugs habe ich bekommen. Ich brauche unbedingt ein neues Schwert. Autsch. Holz. Wow. Mit Holz kann ich viel machen. Okay. Hm. Aber mindestens eine Tiefenschicht. tiefer. Das schmelze ich jetzt gleich ein. Was ich bekommen habe. So. Hier. Das nehme ich mit. Den anderen Rest verkaufe ich. Das hier. Das muss ich, glaube ich, bei der Göttin abgeben. Die Zufallsaat sehe ich mal. Schauen, was da rauskommt. Und ab ins Schlafgemach. Mein Raum ist immer noch nicht größer geworden. Hm. Wie viel verdient? Ja, tausend fast. Geht. Kann man machen. Ist immer noch nicht größer. Was ist mit der Hausaufwertung gemeint? Jetzt im Winter. Jetzt müsste alles hier Eis sein. Okay. Ja, jetzt muss ich euch regelmäßig füttern. Aber ich lieb. Ich lieb. Wilde Saat. Ja, das war ja wilde Saat, oder? Oder habe ich da jetzt irgendwas verwechselt? Ich will nicht dich streicheln. Sympathistisch. Ich will. Ich will dich nicht streicheln. Ich will das Ei. Wo ist das? Klausi? Nein, ich will nicht Klausi. Paul. Wieso seid jetzt alle hier? Paul. Nein. Ich will das Ei. Jetzt aber. Nehmen. Gut. Das ist schon anstrengend, die Eier zu nehmen. Okay, hier. Ja, ihr braucht auch Futter. So. Äh, nee. Ich sollte das mal ein bisschen ordnen hier. Meine kompletten Werkzeuge. Hierhin. Alles, was ich so brauche. Gießkanne. Kescher. Dann ist das alles, was ich brauche. Das ist doch schlauer, oder? Okay. Hier. So. Hab dich lieb, den Popo streicheln. Kann nicht geschoren werden. Wieso kannst du nicht geschoren werden? Schornder Schaf. Ne? Weil es noch zu früh ist, wahrscheinlich. Okay. Mir fehlt Kohle. Fünf Erz für eine Cola. Habe ich dann genug für den Stall? Braucht das fünf oder zehn? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, fünf, oder? Äh. Holz werde ich dafür auch brauchen. Habe ich nicht mehr. Das heißt, ich gehe mal ein bisschen Weihnachtsbäume fällen. Hm. Bam, bam. Okay. Okay. So. Ein bisschen aufräumen. Ich sollte den Weg hier drüber auch mit Stein pflastern. Hm. Wie viel Holz habe ich denn jetzt? So. Holz. 100. Ich glaube, das reicht. 10 Uhr. Das sollte auch reichen. Geld sollte auch reichen. Dann 15.000 für der für den Stall. und dann 15.000, äh, 12.000 für das Pferd. Das wird halt, also Schrott. Genau das fehlt mir wieder. Ich glaube, ich glaube, ich habe keinen Schrott mehr. Ich muss wieder welchen herstellen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel ich brauche, aber das reicht. Okay. Und ich sollte auch gleich so. So. Gleich wieder welchen herstellen. dass das so wichtig ist, ist auch irgendwie lustig. So. Wo habe ich denn? Da. Okay. Wo stelle ich den Stall überhaupt hin? Ja, hier unten. Mal schauen, wie groß der überhaupt ist für das Pferd. Schöner Schmetterling im Winter. Ich habe noch nie einen Schmetterling im Winter gesehen. Äh. Hier. Den habe ich schon. Das ist eine schöne Blume. Ich bin voll. So. Jetzt haben wir einen Stall. Das ist halt wieder so ein bisschen. Das wäre gut. Kann ich noch eins rüber? Das ginge sogar. Aber ich glaube, das ist perfekt. Bestätigen. Nein. Bestätigen. Okay. Jetzt haben wir sogar einen Stall. Wir haben eine Mühle. Wir haben alles. Schuppen. Jetzt kommt noch das hier. Schuppen. Weiß ich nicht. Brauche ich jetzt vorerst noch nicht. Das wäre auch cool. Aber 15 Hartholz. Wo habe ich überhaupt das Hartholz her? Was ich habe. Das eine war von dem Stamm da. Den ich mal da liegen gesehen. Den ich entfernt habe. Schmetterling. Brauche ich nicht abgeben. Was mache ich jetzt? Gehe ich ins Meer? Wäre klug. Aber mit so wenig Energie. Wieso habe ich so wenig Energie? 13 Uhr. Was habe ich denn bis jetzt gemacht? Also Bäume gefällt. Stimmt. Hm. Okay. Dann stelle ich mal ein bisschen Käse her. Äh. Ja genau. Das wollte ich ja bauen. Was fehlt mir dafür? Silber und zwei Bronzer. Okay. Zwei Silber habe ich. Bronzer. Das lege ich mal ab. Das auch. Das. Das kann ich hier auch reinpallern. Das auch. Silber. Ich brauche hier fünf. Sonst geht das hier nicht. Monstermaterialien. Mh. Gebe ich mal hier ab. Was fehlt mir noch? Hm. Glas brauche ich hier nicht abgeben. Das ist so ein schönes Geräusch. Das brrrr. Das nervt überhaupt nicht. So. Weg damit. Das könnte ich eigentlich... Ja, gehe ich jetzt noch in die Mine? Ich habe halt keine Energie. Das hieße, ich müsste essen. Hm. Das hätte ich noch hier reinpallern können. Ich gehe mal durchs Dorf und schaue mal die Pflanzen. Ich habe hier die schöne Plume. Die. Weil ich muss das wahrscheinlich auch bei der Göttin abgeben. Das Pflanzenzeug hier. Oh nein, 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 nein. Ich weiß nicht. Hatte ich den schon? Äh, wieso schwebt das? Seht ihr das? Das schwebt. Lol, wieso ist jetzt schon die Folge wieder vorbei? Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, Buki macht irgendein Zeug. Aber ich liebe dich. Ciao, ciao.